Servus, was geht ab meine Damen und Herren, mein Name ist Mr. Wixler, der süße Superstar, live aus Saint-Tropez, schickimicki, so muss das sein. Ja meine Damen und Herren, der süße Superstar, gönnt sich meinen Urlaub nach seinen krassen Hits. Meine Damen und Herren, ich befinde mich gerade hier in Istanbul, Türkiyä. Da habe ich mir überlegt, meine Damen und Herren, es gibt in der Türkei ein exklusives türkisches Getränk und zwar Ayran Minyung. Dann riechen wir immer Minyung. Ja, es riecht sehr jogurthaft, sehr salzhaft, nach Wasser und nach einer türkischen Kuh, nach Kuhmilch. Ach, interessant, dann probieren wir mal Minyung. Ich hoffe, ich bekomme diesmal keinen Orgasmus. Nein, Ayran, bitte keinen Orgasmus, nein. Schmeckt. Meine Damen und Herren, das einfach nur von der feinsten Sorte an die Kuh. Wenn es denn nicht so sever, Maschallah. Killer, das Beste.